Ja, die Halskette dann irgendwann als Erbstück-Waffe, Alter. Alter. Äh, Erbsteck-Hals. Erbsteck. Erbsteck. Die Kette irgendwann als Grabgesteck. Düm, 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 düm. Der Hunter macht übelst Damage. Wer ist das? Tiberius. Tiberius. Kennt er den Indianer-Holpning-Las-Mark-Haken? Aha. Kennt er den? Hallo. Hallo. Ja. Ja, als ob wir da jetzt drauf antworten werden, Mann. Wieso nicht? Normale Frage. Wieso nicht? Ja, okay. Nein. Ich hatte letztens meinen ersten Krampf hinten in der Wade. Einen ersten Wade-Krampf? Ja. Geil. Lass uns dies ja eigentlich erzählen. Ich hatte davor noch nie einen. Ich hab das echt oft und dann wach ich auf und es sind so unsagbare Schmerzen. Das ist so krank. Ja, ich kann auch noch nicht stehen mehr. Ja, es geht gar nichts. Man kann sich nur winden wie so ein Wurm, Alter, und schreien. Ja, ich hab... Im Moment, ich hab's jetzt so... Ich hab's ja so oft, dass ich's jetzt selber hinkriege, den Krampf wegzukriegen. Aber am Anfang muss ich immer Anni wecken. Oh. Schläfst du noch auf? In meiner Botschaft. Schatz. Äh, ist krank. Und dann kommt's... Kommst du mit so'n Schnitzelklopfer, Alter. Batz, Batz. Das falsche Bein. Das falsche Bein. Hm, es kann in beide Richtungen gehen. Man kann auch Krämpfe so Muskelkater-mäßig dann bekommen, weil man viel gemacht hat oder sich viel bewegt hat. Aber da ich das halt ab und zu habe, geht's auf jeden Fall auch in die andere Richtung. Da ist dann, glaub ich, ein bisschen so Magnesiummangel und so. Ja, so'n Shit, genau. Ja gut, dagegen kann man ja was machen. Ja, schreien. Ja, oder man nimmt es einfach hin. Ich wette, ich habe mir öfter in meinem Leben meinen Kopf gestoßen, als ihr beide zusammen. Ja. Allein als ich, wenn ich bei Tobi zu Besuch bin, stoße ich mir am Tag 70 mal den Kopf. Können wir nicht auch hier lang? Nein, nein, please no, da geht's nicht. Nein, 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 nein. Komm da runter. Komm zurück. Komm da weg. Wir müssen ihn herlocken, ich werde ein Grill aufbauen. Folgt dem Geruch. Das Gewürstchen. Komm, da ist er. Sag mein Scheiß, ernst. So, ist wie die Terrorhorn-Quest, muss jetzt immer so Grill an Grill stellen und dann kommt er mit. Du musst jetzt erst noch an den Grill tanzen, Alter. Da war auch schon die Wand da. Nein. Aber die Meile muss trotzdem so sein. Es geht ja nicht um Fakten, es geht nur darum, dass es wirklich so war. Kugel des Windhetzers. Ist das nicht so ein Turban? Ah, nee. Das ist ein Turban, ja. Ich sehe den Turban da drin, du nicht? Ich höre nur Alexander Klaas gerade. Warum singst du Take Me Tonight in 2019? Weiß ich nicht, das ist dir gerade so eingefallen, so spontan im Kopfhörer, ey. Das ist gar nicht möglich. Doch. Das ist von fucking Alexander Klaas von 2002 oder so, Alter. Das fällt einem nicht einfach hin. Wieso weißt du überhaupt den Sänger? Was ist mit dir? Seit ich nicht mehr Bravo lese, geht alles nur noch bergab. Du wusstest sofort, wer das gesungen hat. Ja, nee. Das ist viel schlimmer. Wieso? Ich wusste nicht, wer das gesungen hat. Klar. Das ist mir einfach nur im Kopf. Geballert gerade. Ich musste einfach raus. Ich wollte es nicht mehr in meinem Kopf haben, dieses Lied. Jetzt ist es in meinem Herzen. Oh. So sweet, man. Mein Herz ist gebrochen. Ich hatte die ganze Zeit das Problem, Klaas als damit zu schreiben, weil ich das mit G... Nee, mit G, wie Glas. Was? Das ist Glasperlenspiel. Ja, du hast Glas... Also, Glas wie Glas gesagt, deswegen habe ich es mit G geschrieben. Dann habe ich ihn nicht gefunden. Ey, voll... Ja, das kam mir halt an. Klar, ach so. Also, Glas... Du hast nicht Glas, sondern Glas verstanden. Ja. Ach so, ich denke, Glas mit G, Alter, was? Ja, niemand kann kicken, Mann. Der Hunter vielleicht. Doch, da. Das ist Tiberius. Tiberius! Tiberius! Das kann niemand kicken. Akzeptier es, Tobi. Nein! Alton Hals. Kann ich hier lang? Nein! Vor allem Lebensblut-Ambulett ist doch im Grunde Herz von Azeroth, Anna. Confirmed. In Zulfarag. Tiberius, mach nicht das Grab auf. Tiberius. 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 Gut. Hallo! Guck mal, 15 Champions-Siege. Naja. Für 700 Stunden Game Time als Form kann man jetzt nicht meckern bei dem Banner. Will den Stab! Mein. So nicht. Was? Ich sagte mein. So nicht. Ich nein. Wie mein? Ja, dein. Ja! Ja! Nee, wie? Nein, so geht das nicht, Craft. Ich kann ihn nicht handeln, weil er höher ist als meins. Sorry. Oh, warte, 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 warte. Ich schenke dir mein Herz. Dankeschön. Wie soll ich denn da auf Abbrechen klicken? Warum gibst du mir deinen Schrott? Alter, was? Das ist ja, Tobi, wie ich hier verunglümpft werde, wenn ich mal was lief. Ich schenke dir eine Blume. Dankeschön. Also das ist nämlich die brennende Leidenschaft von mir für dich. Oh, 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 nice. Warte, warte, warte. Tobi muss auch noch was kriegen. Tobi schenke ich ein Rückgrat, damit er endlich mal eins hat. Hier ist dein Huhn, Alter. Danke. Im Grunde sind wir die besseren Mörderchenber. Let's go. Pass auf dich auf. Dafür bist du da. Sternregen. Sternregen. Wie ist denn zwischen Männer eigentlich? Schön, gefühlt 60. 90. Victoria, bitte, 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 hi, hassa. Würdest du es eigentlich lustig finden, wenn du so letzten Arbeitstag hast und alle Kollegen veranstalten so ein Essen und halten dann so lustige, parodierende Reden über dich? So wie so ein Roast? Wäre dann nächsten Tag, würde ich dann meine Pension bekommen? Ja. Dann wäre es mir egal. Können wir alle machen, was wir wollen. Wenn jeder einzelne dieser Kollegen ich mit einem anderen Hut wäre. Wir haben es geschafft. Oh, Alter, exaktes Level ab und den Wolfskopf. Oh, was habe ich da gekriegt? Ich auch. Oh, geil. Erstmal jetzt Quests abgeben und dann wie Tiere moggen. Ganz wichtig. Junge, jetzt steht da so eine Drehneithuse. Würde sie bitte irgendwo anders hingehen? Einer von uns. Einer von uns. Er ist einfach der Hirsch. Er ist der Hirsch. Mit einer Gitarre.